Wir sind die Freiwillige Feuerwehr Bernbach, eine von fünf Ortsteilwerden der Gemeinde Freigericht mit aktuell 31 aktiven Mitgliedern, rund 200 fördernde Mitglieder, über 20 Jugendliche und auch über 20 in der Kindergruppe. Wir als Verein veranstalten verschiedene Festivitäten. Um das Ganze natürlich auch irgendwo zu bewerben, haben wir einen passenden Partner mit Preisdruck Rhein-Main gefunden. Sei es verschiedene Artikel mit Mesh-Banner, Flyer, Plakate, Roll-Ups. Und das Schöne bei Preisdruck Rhein-Main ist einfach, man hat einen kompetenten Partner, damit am Schluss ein vernünftiges Endprodukt rauskommt und man hat bei Online-Firmen bestellt und merkt dann erst, wenn die 1000 Flyer kommen, ja, war nichts. Preisdruck Rhein-Main wirbt ja mit dem Slogan Betreutes Drucken. Das ist in dem Fall definitiv so. Wir werden bestens betreut, beraten. Für uns steht einfach der Service im Vordergrund und da haben wir einfach den richtigen Ansprechpartner, die uns dann unsere Ideen umsetzen. Wir sind jetzt auch schon in der Planung für unser großes Jubiläumsfest. 95 Jahre Freiwillige Feuerwehr hier in Bernbach, wo wir auch jetzt schon Plakatentwürfe zusammen ausarbeiten, in Form von alten Bildern digitalisieren und die dann auf neuen Druckerzeugnissen, Plakaten mit abzudrucken. Preisdruck Rhein-Main findet man auch im Internet unter dem Kürzel pdrm.de. Ja, von uns gibt es eine ganz klare Empfehlung an alle Vereine, sich an pdrm zu wenden. Sprecher Rhein-Main Untertitelung des ZDF, 2020